Die Zeit war ernst und gar nicht schön. So hat er bei den Prinzregent die Fronten wohl besucht. Er kommt zum ersten Unterstand und ruft an nun ein kurzer Hund. Hör Kameraden vom Revier, wie geht's, wie steht's, woher seid ihr? Herr, gut geht's uns, Hoheit, alle Leid, wir seien als Ansbach und Eirei. Ach, seht ihr meine tapferen Franken, ich möchte euch für den Einsatz danken. Er kommt zum nächsten Bunker dann, wie geht's, woher kommt jeder Mann? Wir kommen als Landwerk, ruft es Leier, ach, ist Gott auch meine tapferen Bayern. Er kommt zum dritten Unterstand, wie geht's, wie steht's, aus welchem Land? So, schalzern, ruft ganz fast, kommt gerade drun, dann legen Sie mal am Arsch. Der Prinzregent, klotz wie in Melsern, dann seht ihr acht meine tapferen Franken. Der Prinzregent. Vielen Dank.